Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Willst du einen schönen Platz für ein Picknick, oder was? Komm schon, Team! Hier ist alles voller Alien Squad. Move on! More Signature spotted. Hurry up, Squad! Quiet! Ja, was kommt ich wieder hierher? Ja. Double time! Hurry up, Squad! More Signature spotted. Move on! Ja, der kommt wieder zurück. Ah, wir können hier hinten rumgehen. Mal schauen, wo er lang geht. Komm schon, Team! Oh, jetzt kommt er hier unten. Move! Move! Der hat zum Beispiel kaum Munition bei hierher. Nachladen. Drone spotted. Double time! Shit! They know we're here! Suppress the fire! Light him up! Oh, yeah! It smells good! Take a breather! Watch that stress, Squad! Tango! Shit! That thing's off! Yeah! We knocked him hard! It's a drone! Hold on, Marines! Bring him down! Oh, er ist schon mal ganz schön dicht dran, ne? Tango! Draht her! Ja, das... Die bewegen sich halt und dann... ...treff ich nicht! Ah, Burns! Burns! Come on, Team! Oh, yeah! Don't mess with me! Oh! Er ist schon wieder ganz schön dicht! Wer noch etwas will? Come on! We didn't sign up for this! Oh, I don't believe this! I don't believe this! I don't believe this! On my way! Let's see what's inside! I think we're spotted! There's a crusher somewhere! Be careful! Something's not right! Ein mächtiger Xenomorph! Oh, 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 oh! Der kommt von dort! Na, jetzt gibt's auf die... Jetzt gibt's auf die Mütze! Come on, Team! Hurry up, Squad! Looks like they found us! I don't believe this! I don't believe this! Bring him down! So, jetzt müssen wir alles auspacken, was wir haben, ey! Zack! Zack! Changing map! More signals incoming! Come on, Team! Move! Move! Ja, ich wollte ja eigentlich... ...ausweichen! Der Flammenwerfer funktioniert irgendwie nicht. Help! Fokus, Feuer und Target! Aha! Es tut! Mach was! Oh, da ist noch einer! Nee, das ist der gleiche! Burn! Good job, Guys! Verletzt! On it! Dammit! Gotta lose some weight! Dammit! Hang in there, man! Disgusting! Okay, wir müssen ja erstmal ex... exfiltrieren! Den müssen wir rausbringen! Der ist ja geil gemacht, ey! Ich höre ihn nicht mehr. Wir sind klar. Ich habe etwas auf dem Tracker. Geh weiter! Ich liebe diesen Job! Warum? Er hat uns nicht gesehen. Ich habe ihn! Sie sehen mich an. Okay, ich kann mich auch nicht ducken, das... Double time! Wir müssen erstmal raus, das kriegen wir nicht fertig mit drei Mann, oder? Wir müssen mal gucken. Ja, klar. Ja, klar. Ah... Double time! It's Zeno! Light him up! More signals incoming! Tango down! Now that's what I'm talking about! Zeno, it approached! They've got our set! Look alive! They're heading our way! Take a breather! Watch that stress squad! Come on team! Hurry up, you slugs! Rewild! Hold, 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 hold! Er kommt! Oder? Er ist ja schon dauernd. Suppressivier! Let's rocken! That gun is a freaking lawnmower! Double time! Take a breather! Watch that stress squad! Nee! Fall, äh, hier! Das sollt sie machen! Don't move! I'm gonna fight you the best I can! There you go! Come on team! Hurry up squad! I don't believe this! I don't believe this! I don't believe this! I don't want to die on this rock! Come on team! Listen, listen! I think we're good! Move on! We have to go back! It's suicide! Roger! Move on! Move on! Come on team! Das ist so geil! Schwerer Verletzung um! Ey ich liebe das Spiel! Es herrlich ist das herrlich! Ist das herrlich! Ja... So, das macht auch keinen Sinn, glaube ich, jetzt nochmal zu schweißen und sowas, weil für die Traumata zählen die maximalen Stresslevel. Warum habe ich das nicht aufgehoben vorhin? Ist das blöd? Geht mal vor. Ja doch, das hatte ich gefunden. Was war das mit dem Jäger? Krass. So, ab nach Hause. Das ist zu gefährlich. Also, ne? Auf jeden Fall zweimal Level-Up auch. Ich hoffe, dass wir irgendwann vielleicht diese, ja, ähm, Psychostation freischalten, dass wir die Stresslevel und den Traumata wegbekommen. Wir werden jetzt, glaube ich, dann erstmal ein anderes Team reinschicken. So, fast fertig, ne, mit der Mission. 5 Bar, befördern. Warum geht das nicht? Ach, das ist, glaube ich, die, die ohnmächtig ist. Klassenaufstieg. Sergeant oder Tacker? Nee, du kannst den Hacker machen. Mach mal den Hacker. So, ein Attribut. Einfallsreich. Jawohl. Scharfschütze. Teamgeist. Kritische Verstümmelung. Scharfschützen. Maximale Treffsicherheit. Das finde ich gut. Jeder meiner Mariens kriegt hier den erstmal Teamgeist. Das ist gut. So. Erstmal fertig. Inventarbericht. Ja, zwei Zerstörer. So, wir haben... Verletzte Mariens und so weiter. Beförderungsfähige Mariens. Materialien. Ach Gott, wir gehen erstmal... Ins Quartier. Nein, der Arm wird amputiert. Au. Startet die Genesung des Patienten. Das kostet 10. Was ist denn, wenn ich es nicht mache? Ach komm, wir machen es mal. Wir schicken ihn zur Not in Ruhestand. Erstmal mit einem Arm, aber mal gucken. So. Also, wir haben noch... Zwei Ärzte. Dann werden wir hier nochmal einen Tag verringern. Auch einen Tag verringern. Ei, 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 ei. Labor? Bleib sicher, okay? Wir können doch nicht wirklich irgendwas anfangen mit dem Zeug. Werkstatt. Hallo, Hayes. Miene. Machen die eigentlich? Für die Bibelklasse. Verstümmelung, Miene. Kostet 100 Dinger. Ne, 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 lassen wir mal so. Bye-bye, now. Kraserne. This one won't let you down. Befördern. Ja, machen wir trotzdem mit. Befördern. Hat er verdient. Oh, guck mal, der kriegt sogar einen synthetischen Arm. Dann ist er ja doch noch voll einsatzfähig. Das ist natürlich cool. So, Sanitäter. Erste-Hilfe-Ausbilder. Dach wohl von Heilungsinteraktion. Na, es ist nicht so. Zehn Punkte Tapferkeit. Ach komm, das hat sie sich verdient. Sergeant. Zack. Done. Ah, guck mal, dann kriegt sie auch sechs Punkte endlich. Schnell. Der gesamte Trupp bewegt sich schneller. Na ja, nehmen wir das erst mal. Ei, 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 ei. So. Tja, für die nächste Aufgabe müssten wir möglicherweise erst mal andere Marines dann nehmen. Ja, immer dieses. Man kommt aus den Menü nicht raus. Weder mit Backspace noch mit Escape. Ähm. Verletzt, müde. Erschöpft. Ja. Wir gucken mal erst mal. Vielleicht können wir wieder so ein paar Tage überbrücken mit anderen Aufgaben. Theoretisch haben wir hier alles. Befehlsteck. So, nächster Tag. Mal gucken. Was jetzt passiert. Ach so, gedrückt halten. Neue Objektive erwarten deine Reise. Oh. Repariere die Hyperschlaftanks. Also, die meisten Crewmitglieder leiden unter schrecklichen Albträumen. Der Schlafmangel erschöpft sie fürchterlich. Corrigan ist der Meinung, sie können einige Hyperschlaftanks reparieren, damit die Marines im Tieflauf ruhen können. Albträume mit Anxiolytika. Repariere Hyperschlaftanks. Machen wir mal. Mal gucken. So, die Schützen-Ingenieure begannen mit der Reparatur der Hyperschlaftanks. Die Albträume der Besatzung legten sich... Ja. Befall erhöht. Das ist natürlich schlecht. So. Alle noch nicht wirklich fertig, ey. So. Es bleibt immer noch diese... Sie ist eine Aufgabe. Ai, 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 ai. Wir können noch einen Perk ausrichten. Das ist, äh... Der ist müde. Oder Magnet ist ja die Frau. Ist der Scharfschützer. Das ist, äh... Der ist nicht. Der ist, äh... 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 Können die sich tarnen sonst? Erhöht die Anzahl der Patronen. Kapazität der Ladestreifen. Maximale Treffsicherheit. ich will das mal testen das testen wir mal so depressiv verringert die tapferkeit das sind echt schwere entscheidungen aber wir müssen die einfachen kampf schicken das ist es hilft alles nichts oder wir schicken eine komplette ruki-truppe runter kanonfutter sozusagen hier gibt es glaube ich immer noch nichts neues nein ja da hin oder kann ich mich direkt hier absetzen lassen nein die rukis dann nehmen wir hier mal einen anderen torrens was hat der tyrann was denn das noch mal tyran das ist ein idiot das ist nicht so gut mcdonald hat feigling das steht aber erhöht die tapferkeit wird pro aggressivitätslevel erhöht das war eigentlich das das soll bestimmt verringert heißen definitiv erschöpft nachher ladehemmung weniger ip ja aber wir schicken jetzt mal rein wir schicken jetzt mal kanonenfutter los es tut mir auch so ein bisschen leid so das kostet ja 20 punkte warum kostet das 20 punkte hm los geht's nicht drüber nachdenken vielleicht ist die tür noch verschweißt es sind ja eigentlich per assistente levels also müssten ja so bleiben wie wir sie verlassen aber dann das datapad liegt immer noch da mit dem mit dem jäger ja die ist aber noch verschweißt das ist gut so hier oben hatten wir auch nichts mehr an materialien nein da haben wir alles eingesammelt wir gehen also am besten rechts rum es war verkehrt stopp 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 wir müssen erst mal vorher gefechte wirklich vermeiden wenn es geht move on er kommt der kommt der kommt genau da rein dann können wir hier schnell weiter move on na der könnte uns sehen ground spotted ja jetzt werden wir umzingeln wenn wir pech haben schieße aliens ja die gehen einen richtig auf den keks well ihr zue.----- bil we tritt ja ich sieh´s wir haben ja keine spots zum verstecken so we wirklich wir sí lassen wir was wir gekommen sind und zu Hause ist wieder ja junge wir kriegen besuch Komm schon, Team! Ne, der dreht um. Geh! Geh! Geh weiter! Ich habe mehrere Signale. Komm schon, Team! Einer kommt von hinten. Das ist jetzt alles anders als gut. Wir haben keine Deckung. Die drehen beide wieder ab. Drehen beide ab. Mehr Signaturen spotten. Scheiße, sie sind nicht mehr hier. Haben wir irgendwas mit jetzt hier? Wir müssen dann einfach auch vorstoßen. Es hilft also nichts, ne? Es ist ein Drone! Hä, warum hat er es nicht gemacht? Wollte ich das genommen? Ja. Oh Gott, da kommen wir gleich. Huuu! Schau! Geh sie runter! Ja, voll. Diese Schuhe ist ein Lohnmauer! Halt auf, Marines! Komm schon, Team! Geh, geh! Geh! Schau! 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 Irgendwatt Verbandskasten! Irgendwatt! Jawoll! Schau! ван!! Schau! 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 Ich hab sofortsti geschehen! Sie haben deinen Weg verloren, Squad. Guten Job. Rennt, rennt, rennt! Er sieht uns nicht. Er ist noch nie gehol envJ SAY! Geh beginn! Falsche Taste, falsche Taste. Welche Taste! Gehen! 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 Kann ich da nicht rauf gehen? Warte mal. Move on! Hurry up, you slugs! Come on, Team! More Signals! Incoming! Hurry up, you slugs! Incoming! Double time! Looks like they've found us! It's a drone! Take a breath! Watch that stress squad! Suppressive fire! Light him up! Yeah! Don't mess with me! Ura! One is coming! Two is coming! They lost your track squad! Good job! Double time! Hurry up squad! Check! Ah, der kommt, ne? Vielleicht dreht er um. Grenade! Shit! They know we're here! Okay. Come on, Team! That's not good! Iron slugs? Tanko, straight ahead! Shit! That thing's gone! Move on! Move! Move! Roger! Let's see what's inside. Okay. Double time! Öffnen! So, dein Trupp steht in einer ernsthaften Bedrohung. Oh, nein! Abbrechen! Noch nicht! I hate that place, man! Great! That's just great! Come on, Team! Hurry up squad! Come on! We didn't sign up for this! Move on! Hurry up, you slugs! Come, it's grad' ruhig, it's grad' ruhig, it's grad' ruhig! Lauf, 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 lauf! I think we lost them! Yeah, 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 yeah! Hata! Double time! Affirmative! Let's see what's inside. Double time! Hata? Hurry up, you slugs! Let's see what's inside. Okay. Komm, 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 komm. Double time! Yeah, it's up! Hurry up, you slugs! Puh, jetzt kommt Kampf! Double time! Eine ernsthafte Bedrohung. Move! Move! We're for you! Well, the news thing is, that's it! Double time! Measure. Hurry up, squad! But you're working, you don't have to do a good job! We're going up next, take yourbarrails. Come on here, put yourbarrails. Oh, 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 oh. Das ist die Queen. Wo ist mein Trupp? Warum bewegten sich jetzt meine, oh, ne, meine Kamera hängt, oder was? Tötet die Königin. Ach ne, jetzt hängt wieder meine Kamera fest. Ne, jetzt, okay. Ähm. Nein, es war verkehrt rum. Mann, wie drehe ich denn das? Wie stehe ich denn das denn, dass es sich dreht? Hä? Achso. Jetzt kommen auch einige von hinten. Ja, einer muss in die Richtung decken. Ach du grüne Neuner, ey, das ist ja ein Kampf. Also kann man das Ding irgendwie runternocken? Ne, ist zu dicht. Grenade! Ja, keine Punkte mehr. So, ich muss mal zwei Punkte holen. Ach Gott, das haben wir schon dauernd gemacht. Okay. Sie haben es alle überlebt. Auf geht's. Hacking Sentry Gun. Sentry Pack. Jetzt. Ich habe gesehen, da hinten steht ein Geschütz rum. Sie haben irgendwie... Kokon öffnen. Ja, mach. Was habe ich... Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ach, weil da ist wahrscheinlich irgendwie ein Gegner. Oh Gott. Zweites Geschütz. Zweites Geschütz. Zweites Geschütz. Zack. Zack. Zweites Geschütz. Schau! Ach, da ist noch irgendwas. Halt! Das sind Eier! Ah, hier stehen Eier rum. Kill that bastard! Bring them down! Sie haben uns gesehen. Hör her, you slugs! Something's not right! hier ist es ekelhaft ne gewaltige anstauern wieder er kommt jetzt macht er schnell so weg hier ja it burns okay Okay. Sentry, fast bereit. Macht, 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 macht. Ich will dich eigentlich noch schnell heilen. Der bastelt noch, der bastelt noch, der bastelt noch. Sentry, aktiviert. Na hier, zack. Ach, der Grüne, guck dir das an. Nee, ach, ich drück mal, ich drück glaube ich immer die falsche Taste. Ich muss logischerweise, glaube ich, die hier drüben. Ich lass die Türme da mal stehen, glaube ich. Wie kann ich mich dann zurückziehen? Ah, schade. Ah, das ist ein Marine, okay. Wir gehen mal dann noch. Hier ist deine Sammlung. Die anderen Kokongs aufmachen. Haben wir noch ein paar Eier irgendwo? Move on. Kokong öffnen. Puh, alter Schwede. Der Direktor ist hier. Er hat nicht gemacht. Gott, verdammt! Er hat seine Kode an ihm? Ja, patch ihn durch, Starge. Okay, gott. Öffnen die Importation-Log jetzt. Hold on. Das kann ein paar Minuten dauern. Check your vitals, Squad. All right, Squad, we've done what we could. Join me for extraction. Sergeant, wait. If we want to learn more about that infestation, we should collect some samples on that specimen. It looked unique. A bayern creature, man. We saw how they jumped to save the big critter. It must be really special to them. I guess it's worth a try. Go get that sample, Marines. I got a survivor. Hey, man. Whatever happens to me, just shoot at me, okay? Come on, team! Move! Move! Check your vitals, Squad. Okay. On it. Ugh, dammit! You gotta lose some weight. Hang in there, man. Move on. Shit, it's coming to us. We have to go back. It's suicide! There's a crusher somewhere. Be careful. Xenomorph, der Kategorie 2. Ja, steht das Geschütz jetzt noch, oder nicht? Bring him down! Bring him down! Bring him down! Da ist ja noch einer da oben. Grenade! Take him down! Good job, guys. Nee. I don't want to die on this rock. Okay, na dann pack ein hier. Nee, die sind alle so dicht hier. Double time! Hier, wo ist das Geschütz? Ja, ist das Geschütz. We have to go back! It's suicide! On my way. Packing sentry gun. Naja, wir müssen raus hier. You lost your tracks, Squad. Good job. Hast du? Double time! So, halt! Nee, doch, ist richtig. Hier müssen wir noch mal ne Probe sammeln, irgendwo. Nee, es ist vorbei, die Aufgabe mit der Probe, oder? Nee, da ist sie. Got something on the tracker. Double time! Das schafft er so. Das schafft ihr, das schafft ihr. Ohne... I have multiple signals. Double time! Move, move! Hey, hier wieder rauskommen, ja? Okay, schnell hier hin. Move on! On my way. Ach, wir können jetzt in die andere Richtung rausgehen, am besten. Da kann man noch ein paar Dings mitnehmen. Kommt wieder hier rein. Kommt wieder hier rein. Kommt wieder rein. Sie sehen uns nicht. Kommt wieder rein. Wir wissen, wir sind hier. Was ist denn hier oder was? Hä? Frage zwischen Ich denke, wir sind spotten Wir stehen eigentlich genau davor Kommt raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier Oh, das ist wieder so groß Grenade! Damn it! Taktische Analyse und Progresse Ah, wir sind gerade niedergeschlagen Ja, der schlägt uns ja wieder nieder Kommt raus, Team! Hau den um Kann man noch irgendeine Schrotwinde reinhauen? Nee, das war jetzt verkehrt Kill it! Kill it! Watch out! Ah! Damn, das tut mir leid! Meine Fresse, die schlucken wieder Ähm Wir haben unseren Typen fallen lassen Haben wir noch Werkzeug? Wir haben noch Werkzeug Taktische Analyse und Progresse Ah! Burns! Burns! Getötet! No, wir haben den ersten Toten Jetzt Ich liebe diesen Job Hier ist dein Sample Oh, es kommen noch mehr Kommt noch noch mehr? Ne, hier sollst du den aufheben hier Geht weiter Warte, ich denke, wir haben sie verloren Na, hebst du den mal auf hier jetzt langsam? Achso, tragen Das Verletzte wird von einem Truppel gehalten Alle seine Gesundheitsmöglichkeiten wiederhergestellt Tragen Komm, 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 komm Halt Der Verletzte Ah, hier wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit, das zu verschweißen Dann haben wir aber keine Keine Dings mehr Jetzt können die nur noch von vorne kommen Aber die Brücke ist gerade runter Die Tür ist geschlossen Komm, Team Auf der Weg Nein, da ist noch eine Kiste Scheiße, sie wissen, wir sind hier Ja, sie müssen irgendwann noch mal wiederkommen Gegebenenfalls So, die kommen da jetzt theoretisch nicht durch Mehr Signale, die kommen nicht durch Nein, sie haben es geschafft Sie haben es geschafft, da durchzukommen So viel dazu Unser Trupp ist jetzt tot Äh, äh, äh Wie sind denn hier so die Safe-Punkte? 10.15 Uhr Nömal kurz laden Okay, da leben noch alle Das ist auch gut Okay, dann machen wir das so Okay, also wir nehmen das Teil auf jeden Fall wieder mit erst mal H aún So, die kommen wir Die sind die Wobei Also, wir nehmen das So, können die So, das ist das Das ist das Das ist das Das sind die Das ist die Ah, gewaltiger Ansturm, okay. Also, zack. Das sind die kleinen Käfer nur? Ach, mach, 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 da ist nochmal ein Geschütz drin. So, gewaltiger Ansturm. Kommt näher. Ich denke, wir haben ihn spotten. Zeno, in der Prost! Lass uns rücken! Suppressiv Feuer! Es ist ein Drone! Es ist etwas, was nicht passiert. Oh, da kommt einer von der Seite. Was macht denn unser Geschütz eigentlich? Das muss repariert werden. Das haben wir zu weit weggestellt. Ähm... Komm hier, Mann. Mann, da ist sogar noch ein Ei übrig. Fokus auf das Ziel! Wir sind jetzt eine wirklich schöne Scheiße! Ja, nicht mit mir! Taktische Analyse in Progresso! Schuss! Warum kann ich denn nur einen? Ach so, die sind alle so panisch. Ich hab nur einen Befehlspunkt, ja. Schau! Gut gemacht, Squad. Das war das letzte von ihnen. Okay, okay, okay. Schnell verbinden. Auf geht's! Don't move! Gonna fix you how best I can! There you go! Move on! Get up, sweetie! Sentry gun fix! Es war definitiv nicht gut, hier mit den Rookies reinzugehen. Es war definitiv nicht gut. Hurry up, you slugs! Wo ist denn der vierte Mann schon wieder? Mann, was trödelt ihr da immer rum, ja? Ähm, zack, nochmal aufstellen. Deploying! Sentry gun! Sentry almost ready! Sentry activated! Double time! Hurry up, Squad! Shhh, listen. I think we're good. Komm, 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 komm. Das heißt, der Marine, ne? Die mal retten können. Hey, wir haben einen live hier. Das ist die Vette. Sie ist okay, nur unkönschen. Geht McNeil aus hier, Squad. Wir brauchen all die Hilfe, wir können. Auf mein Weg! Ach, verdammt! Das ist die Vette. 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 Man, ich drücke immer die falsche Taste. So muss das. Uh, komm. Das ist der Doktor. Ja. Nein, wir können nicht so schnell, den lassen wir in eins zurück, das geht nicht. Ach, das ist jetzt auch wieder so ein großer. So, wir müssen kurz warten, bis es wieder clear ist, dann können wir den auch nochmal lügen. Wir müssen zurück, es ist Suizid! Warte, ich glaube wir haben ihn verloren. Okay, wer los dem? Der hier ist am schlimmsten, glaube ich. Ne, da kommt nochmal einer. Komm und haut ihn weg. Das ist äh... Das bringt bestimmt tierisch Vorteile nachher. Ja... Hurry up, you slugs! Hurry up, you slugs! Komm schon, team! Hurry up, squad! Roger! Komm schon, team! Hurry up, squad! Ich höre nicht mehr. Wir sind klar. Komm schon, team! Ah, der eine trägt halt, ne? Der ist... langsam. Wir haben... Got something on the tracker. Double time! Double time! Right now! Let's see what's inside. Double time! just a moment. Weil, wir halten einen entdeckt, der uns wahrscheinlich. Soo, die Kamera! Move! Move! Double time! Sch! Hier ist ein. Ich habe mehrere Signale! Schnell. Sie sahen uns nicht. Doppelzeit! Hör auf, Squad! Scheiße, sie wissen, wir sind hier. Xeno, wir sind in der Mitte! Los geht's! Deploying! Sentry Gun! Ja, mach ihn. Sentry almost ready. Now that's what I'm talking about. Sentry, activated. Move on! Suppressive fire! Looks like you found them! Incoming! And throw! Light them up! This gun is a frickin' Monmower! Einer noch. Okay. Puh! Das ist so geil gemacht. Sentry packed. Oh! Oh! Komm schon, Team! Sie gehen uns auf den Weg. Ja, die nächsten. Ah, die nächsten kommen. Deploying Sentry Gun! Sentry almost ready. Sentry activated. Sentry activated. Ich höre nicht mehr. Wir sind sicher. Doch, 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 die kommen, die kommen, die kommen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn zurückgezogen. Warum ist ein Signal auf dich, Lurins? Was du schauen? Ich liebe diesen Job. Hier ist dein Sammel. Das ist blöd. Hold on, Marines. In die Richtung. Sentry almost ready. Sentry, aktiviert. Häng in da, Mann. Sie gehen auf den Weg. Sie kommen! Du magst das, oder? Ich mag sie! Suppressiv Feuer! Es ist ein Ruhm! Sie kommen zurück! Gut gemacht. Es scheint, dass sie runterkommen. Okay. Also, einpacken. Jetzt! Packung Sentry-Gun! Verdammt! Höhe ab, Höhe! Ah, da kommen die nächsten. Die kommen von da, die kommen von da, die kommen von da. Komm! Tango, direkt vor. Sieht, wie wir uns gefunden haben. Bring ihn runter! Los geht's runter! Los geht's! Fokus auf das Ziel! Oh, ja. Das schmeckt gut. Komm schon, Team! Das ist so geil! Das ist so geil! Doppeltime! Wir können nicht Doppeltime! Wir können nicht Doppeltimen! Schnell, 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 schnell! Weiter, 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 weiter! Ach, die haben uns gesehen, die haben uns gesehen, die haben uns gesehen. Stopp! Wir müssen mal hier einen reinhauen. Grenade! Du magst das, oder? Oh, ja! Es schmeckt gut! Doppeltime! Komm schon, Team! Sechs Kisten haben wir noch irgendwie übersehen. Die holen wir uns irgendwann mal. Puh! Schau dir die Kraft, Marines! Nicht vergessen, ich kann dir einen Weg geben. Ja, ja! Was andere wollen wir jetzt auch nicht. So. Any news from that importation log administrator? Yes! Yes, it's open. But it's a mess. I don't understand why the director allowed that container into dead hills. Force of habit, I guess? It says here that... Craig came from... ...Berkeley's Docks. Not much of a clue. Everything comes from that space port. Well, at least we have our next stop. But first, I'm happy to be the Otago if you don't mind. Come on, let's get out of here. Yeah. So, liebe Leute. Die Zeit ist aber eigentlich um. Das heißt, wir machen jetzt hier schön einen Break. Und, äh, exfiltieren dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig noch stützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmöglichkeit nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao! Ciao, ciao!